Willkommen zurück zu einem weiteren Part, Stalk Cachet of Chernobyl. In der letzten Folge haben wir das Blutsaugerlager geräumt von zwei Aufträgen. Das erste war vom Händler der Freiheit, das zweite war von einem Typen unten in der Bar. Und jetzt einmal von Händler der Wächter, Auftrag einen Verräter zu töten, der von den Wächter zu der Freiheit wechselt ist. Und von Typen in der Bar an Veteranen-Stalker zu erledigen. Oder irgend sowas in der Richtung des Oches. Passt. Seine Verbündung sollte nicht mitkriegen, dass ich dein Weg. Und nein. Und Bess, der hat vorher die, ich glaube ich sollte Sarkom bezährt, die AKM mit Schalterlagerlager. Ich habe auch über den Typen gefunden. Dann weiter, dass ich vielleicht freundlich bei der Wächter gesinnt bin, muss ich halt den Typen töten. Das Problem ist, wenn ich es, ja, als Beispiel irgendwie mit, ähm, direkt mache, ist am besten gesagt. Ähm, könnte laut werden. Ähm, wann es halt direkt mache, habe ich halt das Problem, dass sie rufbar die Wächter verlieren. Äh, bei die Wächter, bei der Freiheit. Ja, das war halt mal zwei kleine Aufträge, wo sie mal einbringen wollte ja noch. Und jetzt, ja, dass wir überhaupt mal nach Norden kommen müssen, halt, das Gebiet da irgendwie, ja, mal durchqueren, sag ich mal am besten. Äh, die Sache ist, wenn man halt direkt hier kommt, wird man halt mit, die, mit der Freiheit konfrontiert. Der eben sagt, ja, hilft es mir eben, äh, die Basis da zu verteidigen und, ja. Ja, du nervst dich, die Barriere, versuch also nichts komisches. Wir nehmen aber jede hier voran, die du uns kriegen kannst. Quasi den Ort verteidigen und das brauche ich nicht mehr der Wahl. Naja, gut, ähm, ausgewühlen habe ich noch ein weiteres Artefalt gefunden. Mondlicht und das war, äh, das fünfte war wieder da unten. Wenn man durch die Elektroanomalie in Richtung, äh, Straylox versteckt geht. Äh, ein bisschen Tier vor unten. Und, äh, ein Sniper-Sick gefunden. Äh, Scharfschützen-Sick. Jo. Uh, kommen schon die Ersten. Ah, und zwar von den Typen, die ich gerade in den Luft gesprengt habe. Bei der Freiheit da. Uh, der hat Exoskelett gehabt. Und das Gute ist, dass wir die normalerweise, äh, aber offen finden. Und zwar ist es, glaube ich, die Farr. Wenn der so gepasst. Der ist relativ hart auszuholen kann und die gleiche Munition verwendet. Der braune Munition, was ich ja gerade hab. Uh. Und das war Pistolen. Au. Oh, die Waffen wechselnd. Ah, der los ist noch ein Firi-Puschen, das ist ja. Ah, der Prümer-Kau. Ah, der ist noch ein Firi-Puschen, das ist ja auch ein Firi-Puschen, das ist ja auch ein Firi-Puschen. Na, das ist einer von uns, denke. Uh. Okay, bist du nicht außer cool. Längst nicht so effizient, leider. Oder Gott sei Dank, besser gesagt. Auftrag erfüllt, die Grenze verteidigt. Jawoll. Na, wie es ausschaut, nur die Typen mit einem Exoskelett. Die Fall. Wie netzt sie? Ja, Fall. Ah, und da nehme ich mir noch die, was Gott den besten Zustand hat. Sehr gut. Ich glaube, die klappt. Ah, ich glaube, es gibt kein Sniper-Fall, also Day-Waffen plus ein Zielfernrohr drauf. So, ah, eins, was ich gerade noch verkauft habe. Hoffe ich es, na, wie nicht. Und, ah. War aber wunderbar, wenn es hätte. Und den Typen keiner bei Prindern, das ist schon. Knopf bei der Grenze, leider. Ja, zumindest im Offen, habe ich. Und dann, kann ich schon sagen, vielleicht schon für den Typen noch. Ja. Und überladen. Das war die Vorfuhren, die, ja, Gegner nicht gleich, als ich die Zeit dazu gehob habe. Sehr komisches Design der Waffen. Und, ja. Ja, was ich noch machen kann, ist versuchen, das. Uh, ah, davon verrecht. Und dann habe ich die. Gibt es 37 in einem sehr guten Zustand. Also, immer gerne. Na, der ist auch hier. Oh, na ja, gut. Alter, wie viel. Okay, du lebst noch. Na, wow. Ja, jetzt machen könnte, dass der hat verrecken, oder zumindest eine andere, der mit der Waffen, und der ist, ähm, mein viertel Lieblingswaffen, circa. Na, ein bisschen Goldkrieg. Yay. Aber längst nicht. Und, warum ich auch immer jetzt da, Verteidigungsmission habe. Muss ich weiter weg. Monster kommen in Richtung Schmelzer. Also, ja, na ja. Ich wollte gerade eine Film war, dass ich heute Teleskop verwenden kann, aber nein. Na, komisch. Wieso auch immer jetzt die Verteidigungsmission da ist. Oder auch nicht da ist. Obwohl ich es gerade noch erledigt gehabt habe. Und der Anzug wird, dass ich dort verteidigen muss. Wow. Aber, uh, nice Munition. Und... Ähm. Nichts, was ich brauche. Oder Homeworlder war. Schott. Aber vielleicht sind D-Monster gemahnt. Oder, ja. Bildschweine gemahnt. Und den Rest der Folge wir eh wahrscheinlich damit verbringen, ähm... Warte mal eins. Na, das war's. Ähm. Die Sniper-TRS-Fahrt dort abzuholen. Weil ich brauche ebenfalls für einen Wächterauftrag. Obwohl ich bin... Naja, etwas überladen jetzt. Ich will zwar berufen, ob die was eigentlich... ...nicht erwartet hätte, dass ich sie find. Oder beziehungsweise eine. Aber trotzdem, dass ich es hab, ist schon geil. Und der Wert 18.000. Wow. Was ich Not zeigen wollte... ...warte, war das mal... Ähm... Ich glaub, da war's. Ich hab ja auch Scream-Möp losgeschaut. Ja, sicher. Okay, Anschluss hab ich noch. Und Wildschwein gegen Hunde. Eure Altivulmonitionen wird's da nicht mehr. Das heißt... Ja. Batterie für Feuerresistenz. Was ziemlich nice ist, weil ich habe erst auch nicht davon gefunden. Und jetzt können wir mal... Hmm... Da ich mal ausprobieren würde ich sagen. Generell habe ich meist nur höchstens 4 Wolfen mit und jetzt bin ich auf 6, also... Hat der Einzelfeuer überhaupt? Ja, Einzelfeuer und Automatik, naja. Also auf Day Distance von Somder Cop, 30 Meter würde ich mir schätzen. Day Waffen tut es eindeutig. Es ist eindeutig... HDR für Day Distance. Ah, jetzt wieder mal oblegen, weil... Wow. Jetzt nicht doch, dass ich so viel mitnehme, gegen Ende. Ich glaube 3, irgendwas Kilogramm, wenn wir dafür jetzt brauchen. Ähm, ja. Ein bisschen mehr. Aber jetzt haben wir die Sniper hier. Nice. Was. Okay. Einzuschuss, Dreifachschuss und Automatik hat. Okay. Ich wollte gerade schauen, ob noch welche Blutsauger da sind. Wirklich? Das ist sehr, sehr komisch. Ich würde sagen, damit wir jetzt den Part beenden und das war's mit dieser Folge. Ciao. Aus cooled. Wir видео. Los geht.